Die ÖVP-geführte Landesregierung setzt seit vielen Jahren wirksame Initiativen, um den Arbeitsmarkt anzukurbeln. Ein Beispiel dafür ist das erfolgreiche Impulspaket. Wilfried Haslauer und sein Team sind ein Garant dafür, dass dieser erfolgreiche Weg auch in Zukunft eingeschlagen wird. Sichere und qualitativ hochwertige Arbeitsplätze sind das Um und Auf für ein Land und für eine Region. Wir haben bei uns die niedrigste Arbeitslosenquote und wir nähern uns der Vollbeschäftigung. Salzburg steht wieder gut da. Jetzt ist es an der Zeit für die Zukunft hoch und erfolgreich weiterzuarbeiten und an die Zukunft zu glauben. Dafür stehen wir. Untertitelung des ZDF, 2020